Hallo Leute, wir bekommen immer noch Kommentare, wie es geht mit dem Lagerstil ändern und da dachten wir uns jetzt, dann machen wir doch mal ein Video drüber. Gut, es ist eigentlich ganz simpel. Ihr geht ins Lager, ihr geht zu Crips hin und öffnet das Menü und dann müsst ihr eigentlich nur ein paar Möbel kaufen, falls ihr es noch nicht getan habt. Wenn ihr es noch nicht getan habt, dann kauft sie einfach und das war es eigentlich schon. Dann bekommt ihr Gold und XP. Ja, gut, dann wünsche ich viel Spaß. Also, ciao. Und hier könnt ihr noch sehen, was passiert, wenn der Freund fremd geht. Da ist sie eiskalt, da kennt sie kein Pardon. Sie lässt ihn einfach den Alligatoren zum Fraß. Da ist sie ganz hart. Naja, könnt ihr noch ein bisschen zuschauen. Bis zum nächsten Mal.